Leon war dann irgendwie von den anderthalb Stunden, die wir den Film geguckt haben, auf Klo. Und dann kam er wieder raus und das hat halt übelst gestunken. Die Mutter hat halt gedacht, wir hätten gekifft, warum auch immer sie das denkt. Der Wand unter der Schüssel und mich kennt mal das Kacke von Leon. Und er hat versucht, das wegzumachen und wusste nicht, dass er die Eis weggemacht hat. Das Beste war, Leon hat ja noch ein Bild davon gemacht. Hey Leute, wie geht's euch? Wir sind's wieder, das Team Reuki Crafting. Heute dabei ist der Raoul von Jabba Place. Jabba Place, nicht Jabba Place. Ist doch dasselbe. Und Bob, der Baumeister, ist halt auch da. Stimmt gar nicht. Knolle. Knolle. Was ein Schlägerei. Ich bin Mixi. Ja, was wir heute in der Folge vorhatten, das war, äh, was hatten wir vor? Ja, René wollte eine zweite Mine anlegen. Ja, weil die alte da unten ziemlich ausgeschöpft ist. Ach genau. Und ich wollte irgendwie was machen, also. Was ist das? Äh, weiß ich auch nicht. Warte, das ist die Block. Ich wollte ein Trollgesicht machen. Ich hab Dirtblock rausgekriegt. Äh? Fäh. Was war das? Achso, das war so, ja, das war so Regen. Warte mal. Ich frag mich jetzt, was es ist. Ein Trollblock. Guckt mal. Was zum Fick war das grad für'n Sound? Er sagt, hier, kommt der. Warum du setzt ihn dir nochmal? Warte, 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 ich will gucken. Hooked. Wer hat denn? Was zum Fick ist das? Was zum Fick ist das? Nein, nein, lass es mir. Nein, ich platz hier die. Ich bin unser Dekorationstypi. Wo kommen die her? Ich hab mir die grad gecraftet. Womit? Ähm, zwei Sandblöcke nebeneinander. Ähm, ach ja. Ähm, Leute, und wir würden uns über 50 Likes freuen. Ne? Jo, immer doch. Ja, immer doch. Und ja, vergewaltigt mal den Like-Button. Und ja, ähm. Grape deinen Like-Button. Und ich wollte mir... Ah, Nico, schick, schick. Gibt's hier noch irgendwie Deko? Ähm. Ich hab Gravel gefunden. Zeitbombe. Plastiksprengstoff. Hm, dann bauen wir das später mal. Hm. Das ist doch tolle Deko, Leon. Clay-Solger bauen wir auch. Und den, äh, und den Zünder, also die, die Fernbedienung legst du am besten auf den Stuhl. Will jemand setz dich drauf? Nee, jetzt nicht. Gleich morgen. Ich wollte einen Flammenwerfer bauen. Weil ein Abonnent, ich weiß nicht genau wie heißt, der hat mich über Steam geäldet. Und er sagte, ich sollte mir einen bauen. Aber er meinte aber auch nicht. Du sollst da einen bauen, okay? Ja. Also ich bau mir auch, ich bau mir manchmal gerne einen, aber... Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, ähm, übrigens, äh, ich find's gut. Einer, also einige haben, ähm, jetzt unter dem letzten Video Fragen gestellt. Äh, ich hab grad mal kurz, ich guck grad mal kurz. Ähm, zum Beispiel war eine Frage dabei, ähm, wie alt wir sind. Nico, fang mal du an. Pün! Nein, glaub ich dir. Ich bin 16 und da Leon mein guter Nachbar ist, ist er natürlich auch 16. Nachbar? Ähm, ihr dürft das jetzt nicht falsch verstehen. Sie sind Zwillinge. Also, wir haben... Ja, nee, klar. Das ist eigentlich ein Insider. Das ist eigentlich... Ja, also, ich kann ihn dir mal erzählen. Also, wir waren auf Klassenfahrt. Äh, das war vergangenen Sommer. Und da wurden Leon und ich halt auf der Klassenfahrt 16. Und dann kam halt so ein Mädchen zu mir aus der Klasse und hat gesagt, Äh, hey, ich bin Glück, wirst du Geburtstag. Und dann, äh, hab ich gesagt, danke. Und dann ist sie später zu Leon gegangen. Und hat ihn gefragt, Leon, hast du eigentlich auch Geburtstag? Richtig, wirklich, ne? Wie ich so richtig verblödet. Also... Und fett! Ein bisschen. Ein bisschen sehr. Ein bisschen. Ein bisschen. Also nicht gegen fette Leute. Die sind... Es ist... Es kommt ja nicht auf irgendwie... Die sind aber... Sie ist fett und verblödet. Und sie ist dumm. Äh, nicht nur dumm, sondern auch so, 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 charaktermäßig. Die hat nix... Die hat nix im Kopf. Dabei der ist es eher so als an den Hüft... An der Hüfte hängen geblieben. Okay, der fällt jetzt mies. Ist doch so. Sand und Dirt. Und Wall. Ähm... Dirt. Äh... 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 Kies. Ja, ähm... War noch weitere Folgen dabei. Ach ja. Fragen. Äh, Fragen. Ähm... Das mit der Sache von Leon. Nico? Ähm... Ich würde sagen... Ja, da hat ja jemand drunter geschrieben, dass... Er... Es schade findet, dass wir es nicht verraten haben. Ja, oder sie wissen wir ja nicht. Genau, aber... Ich weiß nicht, ob es... Ich glaube nicht, dass du es erzählen, oder? Ich glaube, es ist schon ein bisschen mies. Ja, ich glaube. Ein bisschen? Die ganze Schüsse. Also, wenn wir... Ich würde sagen, wenn wir wirklich... Wenn wir wirklich 100 Likes auf irgendein Crazy Croft-Video haben... Also, halt im Maul. Ah, gut. Äh, Nico erzählt. Nein, das gilt es nicht. Okay, jetzt erzählst du mal. Also, wir waren mal bei dem Kumpel. Leute? Ja? Guckt mal. Flammenwerfer. Hey, und... Äh... Leon jetzt lenkt nicht vom Thema ab. Und ihr müsst dazu wissen... Das schneid ich raus, ähm. Das, was wir euch jetzt... Ähm... Das, was wir euch jetzt erzählen... Ist nicht... Ist kein Einzelfall. Doch, das ist immer ein Einzelfall. Äh... Also, in der... So im... Ich sag mal sagen, im Detail ist es ein Einzelfall. Aber so grob... Kann schon öfters passieren bei Leon. Also, wir waren halt bei so einem Kumpel. Und da haben wir halt so ein bisschen gegrillt. So Burger gemacht und so. Und, ähm... Halt später wollten wir einen Film gucken. Ganz legal im Internet streamen und so. Ähm... Mittlerweile ist es legal. Nein, nicht legal. Aber auch nicht illegal. Graut. Ist ja egal. Auf jeden Fall. Leon war dann irgendwie von den anderthalb Stunden, die wir den Film geguckt haben, auf Klo. Und dann kam er, äh, kam er halt wieder raus. Und das hat halt übelst gestunken. Am nächsten Morgen hat die Mutter halt gedacht, weil es... Es hat nach Kotze gestunken. Oh, pass mal auf. Die Mutter hat... Alter, was ist das? Scheiße. ...gedacht... Leute... Leute, was ist das? Ich wurde ausgepillt. Oh, oh, semantisch. Die Mutter hat halt gedacht, wir hätten gekifft. Warum auch immer sie das denkt. Gedacht hat er, sagen wir so. Äh, äh, äh... Weil... Leon hat die Möglichkeit geschissen. Hat richtig Durchfall. Und das ekligste war sogar noch die Mutter. Hatte gesagt, es wäre Kotz überall an der Wand unter der Schüsse. Und die Möglichkeit war das Kacki von Leon. Und er hat versucht, das wegzumachen. Und wusste nicht, dass er die Eis weggemacht hat. Ja, und, äh, dann... Das war jetzt ziemlich widerlich. Und, äh, das Beste war... Leon hat ja noch ein Bild davon gemacht. Also, Leon, ich müsste ganz gut finden, wenn du jetzt hier irgendwie einblenden würdest. Nein. Doch, Leon, mach das mal. Alter. Ist doch nichts Peinliches. Das kann doch jedem mal passieren. Ja, das ist ein Mantis. Passt auch. Was ist ein Mantis? Das ist eine Riesen-Rebelle. Das ist eine Riesen-Rebelle. Ach, die! Leon, du hast doch selber gesagt, das kann doch jedem mal passieren. Weißt du? Oder wie man jetzt sagen würde, um Leon aufzumuntern. Leon, das passiert selbst dem Besten. Soll ich mal hier... Leon ist aber der Beste. Ja, darfst du mal... In der Sache schon. Hat noch niemand von mir richtig geschafft aus unserer Klasse. Ja, also, äh, Leon, das wäre echt eine coole Sache, wenn du das jetzt mal einblenden würdest. Oder gerade, wo wir es gesagt haben. Also, das wäre echt... Das wäre echt cool, ja. Mal schauen. Mal schauen. Ja, und ich schlag dich, wenn du das nicht machst. Oh, das nervt richtig mit diesem Mantis. Ja, wir müssen das mal kippen. Ich stelle den Sound eben. Ach nee, ist ja kein Bucket-Server. Oh, René. Abends, René, kein Bucket-Server, du. Und Korn bringt richtig viel, ne? Was? Das Getränk? Die Band, das Getränk oder das Essen? Das Essen. Und das war mein Handy. Aber Korn ist doch auch aus Korn gemacht, oder nicht? Was zum Fick ist das für ein Erz? Ja. Ich brauche eine Diamantspitzsacke. Junge, irgendjemand hat das Vieh hier reingelassen. Soll ich mich runterbringen? Ja, bring Marinären runter, wenn wir eine haben. Okay, oh Mann, ey. Ja, hol Marinären runter. Ich habe leider eine in der letzten Folge im Never verloren. Warte. Ich mach mir einfach ein, ich bin schon oben. Wo ist denn die Samantis? Irgendwo läuft der da. Kaprögelin, wo ist das Ding? Das killt sich. Das macht dich too hit. Was? Tötet, es hat mich getötet. Wie, was, wenn wir alle wo ganz woanders hingehen? Dann bleibt es nicht hier. Dann haut es doch irgendwann ab. Soll ich das mal weglaufen? Verwurten schon nicht. Es hat mich schon wieder getötet. Ja, warum machst du es mit einer Hole, Leon? Weil ich es kann. Ähm, ich habe, ich habe ein Stack und acht noch, ähm, Weizen. Warum greift das eigentlich euch nicht an? Weil wir hier geschützt sind. Und Leon, dann gib mir mal das ganze Essen, äh, alles an Samen. Mach die Tür zu. Hier. Hier, Nico. Leon, gib mir deinen Samen. Hier. Hier ist es dir, Spitzhacke. Ja, Spitzhacke? Ja, hier. Nein, nur weil wir Brüder sind, ist es immer noch nicht eklig. Okay, das ist eklig. Du sterbst mir bei mir für mich. Die müsstest du aufgesammeln. Nico, mach dazu. Lauf, lauf. Hast du die auch gesammelt? Ich habe keine dir. Ich habe die hier hingeworfen. Ich habe die hier hingeworfen. Oh, oh, es ist drin. Es ist drin. Es ist drin. Hä? Nee, das ist das mit mir. Junge, ich glaube, das Gesicht will mich trollen. Der sagt mir, dass das Gesicht hier der Mantis wäre, weil ich auf das Gesicht halte. Oh. Hä? Hä? Da ist es. Da ist es. Da war es gerade. Es tötet mich. Es tötet mich. Es ist jetzt wieder unsichtbar. Das ist ein Moskito. Es tötet mich. Es tötet mich. Okay, kommt mit. Wir gehen woanders hin. Oh, da ist es. Da ist es. Oh, jetzt ist es. Komm her. Hey, ihr könnt das sehen. Gerade ganz kurz. Das hat den Boss-Effekt, dass es unsichtbar wird. Ach so, ich dachte, das wäre ein Bug oder so, habe ich gedacht. Ah, da war es wieder. Es tötet mich schon wieder. Es tötet mich. Es tötet mich. Es tötet mich. Weiß jemand von euch, wie viel HP das hat? So viel. 400 oder so. Keine Ahnung. Okay, wir kämpfen. Da war es gerade. Oh, es ist bei mir. Irgendwo. Dann kann ich mir. Oh, in meiner Mine bin ich geschützt. Warte. Was willst du fragen? Kann ich mir ein Holz oder Steinschwert machen? Da, René. Es ist bei dir. Es jagt dich, René. Logo, du. Es ist in meiner Mine. Ich bin in meiner Mine. Es kann mich nicht bekommen. So, mein Handy stelle ich jetzt mal eben auf Lautlust, weil sonst könnte die ganze Zeit nur meinen Klingelton liegen. So. Nico ist ein sehr begehrter Mann, wisst ihr. Haben wir ja schon in der letzten Folge gesagt, er ist Jigolo. Wer von euch nicht weiß, was ein Jigolo ist, es ist jemand, ein Mann, der Frauenfreude macht. Oder anderen Männern. Hä? René, wir reden nicht immer. Da ist das fette Vieh. 450, lieben, hattest du. Wo seid ihr überhaupt? Mine. Hier unten bin ich sicher. Welche Mine? In der alten? In der neuen. Wo ist die neue? Weg. Ich bin gerade auf Vogeljagd. Ich brauche einen Vogel, den ich noch nicht habe, damit ich wieder fliegen kann. Den Vogel brauche ich. Hat das jetzt nicht funktioniert? Ja, Leon braucht es. Ja, ja, hat nicht funktioniert. Ja. Ja, ich kriege den Vogel. Also Leute, ihr könnt ja mal bitte in die Kommentare schreiben, was wir hier bauen sollen, weil wir haben auch schon vor der Folge überlegt, was wir machen können. Schreibt rein, was wir machen sollen, was wir bauen sollen, weil sonst fällt auch nicht immer so viel ein. Komm her Vogel. Wir sind zwar YouTuber, aber wir sind nicht kreativ. Überhaupt nicht. Wir sind zwar YouTuber, aber wir sind keine Götter. Also ich würde schon mal sagen, dass René kreativ ist auf eine Art und Weise, wer Häuser mit vier Häusern nochmal oben drauf baut. Ja. Okay, das ist schon verdammt lange her. Trotzdem. Leider habe ich keinen Screenshot davon. Ich glaube, nee, ich habe doch keinen Screenshot davon. Schade. Sonst machst du von jedem Scheiß einen Screenshot. Leute. Leon, du machst einen Screenshot auf dein Handy, ne, wenn du bestimmte Dinge tust, ne. So, ich bin in einer anderen Dimension, ne. Ich habe eine Rainbow, ähm. Nein, nee. Ja, wie willst du zurückkommen? Ich kratze ab. Ich weiß nicht, ob das giltet auch. Du bist in der Rainbow. Nico, der Server lag jetzt gerade wegen dir. What the fuck? Ja, okay, jetzt ist es okay. Ja, ich bin endlich ein Vogel. Und? So. Abheben, die Bühne ist startfrei. What the fuck? Hier ist eine Spinne. Der Server ist jetzt richtig krass am laggen. Nico kommt wieder. What? Mein Server. Flying is not enabled on the server. Nico, du hast das... Ja, du musst fly... Du musst fly an. Nico, du hast das Fly aus. Lack der Server ist wegen mir. Ich pack im Bucke. Nein, nicht mehr bei mir, nicht mehr. Na, jetzt geht's wieder. Oh, nee, ne. Okay. Aber wisst du, was ich gerade gesehen habe? Ich habe gerade. Sex. Aber, nee, warte. Mit anderen Tieren. Nein, ich habe gerade eine Spinne gefunden. Die hat einen richtig geilen Hut auf. Ich muss den Cühlschot machen. Geh weg. So. Die kann man ja dann kurz eindlenden gleich. Nein. Wenn Nico das so toll findet. Als Green. Als Thumbnail. Wenn er ja aufnimmt. Leon nimmt auf. Leon nimmt immer auf. Genau. Leon nimmt auf. Ja, stimmt. Ich nehme nicht auf. Ich versuche immer noch zu machen, dass jeder Leonie und Nicole sagt. Aber irgendwie kriegt man das nicht hin. Ja, Renate. Renate. Grenate auf jeden Fall. Alle sitzen im Bunker, außer Renate. Die fängt die Granate. Oh. Läuft bei mir, ne? Nee, du. Ich. Oh, ja. Ich finde keinen Bird. What? Sieht ihr gerade ein Schaf? Das hat ein Geschenk als Kopf. Das steht vor dem Abgrund, außer Peter. Der geht noch mit. Jetzt kommen wir zu alten Sprüchen. Kennt ihr diese alten Witze? Ja. Manche davon sind voll lustig. Treffen sich zwei Jäger. Beide tot. Beide tot. Ich habe Uranerz gefunden. Ah, war ich siedlich. Hey, cool. Wer hat denn der für einen Hut? Uranerz? Ejo. 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 Ich sollte vielleicht Musik ausmachen, weil irgendwie auch... Nein, ich will nicht... Ich will nicht eine Kuh sein. Nein. Was hast du gemacht, Leon? Ich will die Kuh nicht sein. Spittieren. Oh, ich bin eine Kuh. Ach, Leon. Was? Diese... Also, ich weiß ja nicht, ob einer von euch dran hätte, kein Leon, hat mal so ein Video gemacht. Ich bin eine Kuh und dann... Na, dann hat er auf einmal... Das war genau, das war beim Morph-Mod, ne? Leon? Da müsst ihr ja unbedingt mal den Anfang anschauen. Einfach richtig geil. Äh, Leon? Ja? Ähm, hier... Du brauchst noch ein Tier, mit dem du fliegen kannst. Ja? Ja, hier... Aber eins, was ich noch nie getötet habe und ich habe... Ja, beim Haus sind... Sind Libellen. Libellen? Ja, nicht Libellen. Diese Glühäpfchen. Ja, Glühäpfchen. Ach, diese mit... Diese Art Hummeln. Äh, ja, nur der... Die Dicken. Das Hinterteil von denen läuft. Ja, ich glaub... Ja, das ist... Firefly. Äh, Firefly, genau. Wenn du die... Naja, hab ich schon... Hab ich schon leider getötet. Ja? Ja. Ja. Von der, die ich jetzt getötet habe, ich kann Extreme Torch. Ja, ah, Extreme Torch ist so richtig geil. Ich versuche immer jetzt mit dem Schwein zu paaren. Nein, nein, ich bin so doof, ne? Äh. Kein Wunder, dass ich gerade so komische Musik höre. Ich hab Nikos Playlist gerade an. Äh, äh. Ey, warum hast du Nikos Playlist an? Weil ich ihn, ähm, follore. Äh, oh. Bei Soundcloud. Könnte ich übrigens auch runterladen. Tolles Programm. Echt cooles Programm, also... Jetzt ist mal Werbung hier machen. Okay, nicht runterladen. Soundcloud. Jetzt. Ja, runterladen. Was runterladen? Äh, die App? Ach, das Handy, ja. Handy benutzt sich die App auch, aber sonst am PC? Manche ist ja nur Web. Im Buch im Web als App. Oh, ja. Boah, ich... Die Gedanken sind frei. Ja, okay, wir haben auch irgendwelchen Werbungen, würde ich sagen. Wer, werbefinanzierte Folge. Oh, pass auf. Wir bekommen aber gar kein Geld dafür. Wir sollten mal Geld einklagen. Wir haben für die Werbung gemacht, ohne Vertrag und so. Also jetzt wollen wir auch Geld haben. Ich bin ja ein Ghost. Cool. Ghost Pumpkin oder Ghost? Ghost Pumpkin. Ah, das ist ein Ghost. Oh, ich will Ghost Pumpkin sein, dann kann ich Knolle sein. Ja, Knolle, ey. Na, guck mal her. Hört sich so falsch an, Leonie. So, ich geh jetzt mal... Hä? Die sind Battle Tower, geh mal rein, du. Ey, kann man die nicht mit Weizen anlocken, die scheißlich haben? Apropos Battle, ich muss gleich noch eine Kuh spielen. Oh, es ist Nacht, lass mal schlafen gehen. Schweine mit Weizen, geht das nicht? Nein, mit Möhren. Das wurde ja rausgepatcht. Ey, komm, ich bin doch nur eine Kuh. Ein Kuiper. Level 3. Was hat der gedroppt? Ey, cool, der in Misery Potion gedroppt. Äh, Leon. Wo zum Teufel bist du? Ach, da. Ich bin eine Kuh. Ja, jetzt wich ein Skelett. Ne, ich hab nicht gefahren, was du bist. Das wissen wir alle, du bist ein behindertes Kind. Siehst du das, wie das bei mir rumwackt? Äh, ja. Siehst du das, wie das bei mir rumwackt? Wie es bei mir rumwackt. Ja, ja. Brauch ich auf ein Duell? Was für ein Duell? Ja, du weißt schon, du. Oh, ja. Ey, lass uns mal, lass uns mal irgendwer... Niko? Ich mach dich kalt. Das Ding bauen. Gun. Gegen was mit Gun. Sollen wir... Ey, sollen wir uns... Ah, Torchgun. Kann man mit... Ne, kann mit einem... Kein Ruhmring. Ähm. Was gibt es für geile Weapons in dem Mod? Äh, zum Beispiel Einstein. Niko? Was ist das für eine Waffe? Das ist... Ähm... Moff dich mal zurück. Nein! Das ist... Du musst dir jetzt vorstellen, das ist wie eine... Der Vogel zockt. Ähm... Niko, das ist ein Angry Bird. Oder, ähm... Ja, die Plasma Cam würde ich nicht machen, die... Ich gehe einfach nur hoch. Okay. Ja, guck mal. In Tesla zum Beispiel. Ja. Ja. Guck mal. Wo? Komm, bitte zu seinem Haus. Angry Bird? Ja. Oh. Äh. Okay. René, geh weg. Oh. So. Soll ich dir das? Ja. Dann komm mal nach oben. Wartet, noch nicht anfangen. Ich bin noch nicht da. Ich find's geil. Alter. Wer ist das denn? Achso, das bist du. Angry Bird. Hä? Du bist Leon. Hier. Angry Bird. Ja. Angry Bird. Du hast den Fernsehen kaputt gemacht und da... Ah. Nein. Ah. Wer hat den... Wer hat das Rollface kaputt gemacht auch? Nicole. Toll. Angry Bird. Ähm. Hat einer nicht genau aufgepasst, wie man richtig, ähm, Fleisch lagert. Man tut's nicht in eine, ähm, Bettschublade. Wer hat das reingelegt? Weiß ich nicht. Ich hab's jetzt rausgenommen. Wir leben bestimmt. Nein. Warum bin immer ich schuld, wenn irgendwas passiert? Wenn ich dich kenne, ey, Leute, ihr müsst, ihr müsst was wissen. Bei René in der Schublade, bei seinem Nachtschrank, waren wir eine Zeit lang, ich weiß nicht, wirklich, nicht übertrieben gesagt, 20 5G-Anpackungen. Und die waren fast alle noch zu oder nur ein oder so zwei rausgenommen. Deine Mutter hat irgendwie halt immer mitgebracht vom Einkaufen und wollte die halt lieb. Und der hat da so, oder, der hat da immer chillt. Alles ist da an seinem Bett. Ähm, Leute, ich kann mich irgendwie... Ich kann mich nicht verwandeln. Ich bin halt... Ich bin halt... Hungry. Aber interessanterweise bin ich genau das Gegenteil. Ich kann... Ähm, Leute, ich kann keine Kisten mehr öffnen und... Ja, ich kann... Leute! Okay, wir nehmen auch schon 20 Minuten auf. Ich würd' sagen, das ist unser... Zeichen, ne? Nein. Doch. Ja. Ja, und die Sonne geht wieder auf. Wir haben nix Produktives jetzt in der Folge gemacht. Morgen, Sonne. Ja, ähm, ich würd' sagen... Ich geh nur kurz kacken. Wenn euch das... Ja, René geht jetzt schon kacken. Und der Server ist abgeschmiert. Und ja, ich würd' sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, wie gesagt, gebt einen Daumen nach oben. Guckt bei Jabba Plays, ne, René? Jabba Plays war vorbei. Ja. Ja. Und... Was würd' ihr sagen noch? Ich würd' sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt. Ähm, wir sehen uns irgendwann mal. Und, äh, ja, viel Spaß bei den weiteren Folgen. Und kommentiert das, falls ihr dann das Bild einfügen solltet. Kommentiert es. Von einer Skala von 1 bis 10, wie geil ihr es findet. 10 ist geil, 1 ist scheiße. Ja. 10 ist scheiße. Ich find seine Lache geil. Von dir. Okay, dann würd' ich sagen, also, bevor wir jetzt hier noch so viel Scheiße labern, haut rein. Nein. Und bis zum nächsten Mal. Nein. Tschüss. Nein. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.